Hallihallo, heute ein ganz schneller Quick-Tipp für alle, die auch IKEA Family Mitglied sind oder werden wollen. Und zwar habe ich durch eine Freundin erfahren, dass es dort die Möglichkeit gibt, einen Umzugshelfer zu bekommen. Für alle, die in nächster Zeit umziehen, kann man sich dort registrieren auf der IKEA Family Seite und einfach angeben, wann man umzieht und dann bekommt man wohl einen Coupon per E-Mail, den man dann vor Ort einlösen kann. Und es gibt dann wohl ein kleines Heft. In dem Heft sind Gutscheine drin, die man gerade beim Umzug ganz gut gebrauchen kann. Irgendwie wohl Umzugskartons kann man bekommen und Kärschhaufel und da zum Beispiel eine IKEA-Tasche und noch andere Sachen. Und verschiedene Checklisten sind dabei und auch, das hat sie mir gegeben, deswegen dachte ich, kann ich euch das zeigen, zur Aufkleber, das hat sie aus dem Heft rausgerissen, die, also Labels einfach, wer jetzt keine Lust hat, selber welche zu machen, wo dann zum Beispiel draufsteht, wo Sachen hinkommen. Und weil sie weiß, dass ich Labels immer gerne mag, hat sie gesagt, sie braucht die nicht und hat sie mir gegeben. Ja, also solche Sachen sind da drin und fand ich ganz praktisch und dachte vielleicht, ich weiß nicht, wie lange die Aktion geht zugegebenermaßen, aber vielleicht habt ihr Glück und schaut auch mal rein und ihr seid gerade am Umziehen, plant ums. Oder es ist wohl auch für Leute, die gerade schon umgezogen sind. Wenn da noch welche mit drauf sind. Also guckt einfach mal rein und vielleicht habt ihr auch Glück und könnt noch ein paar Gutsche Hände bekommen. Tschüss!